Vergib mir, Vater, ich habe gesündigt. Ipodre, du Madre. Im Namen der Vater, der Sohn und der heilige Katze, Chloe. Ich vergebe dir deine Sünde, jetzt sei keine Arschloch mehr. So, ich bin jetzt bereit für jede Mission. Bad Boys, Bad Boys, was willst du machen? Wir kommen mit den Waffen und den Fähigkeiten zu kacken. Los gehen wir, du bist Martin Lawrence und ich bin Wildschmidt, weil ich dir hübschro bin. Chillen und Zeitkillen. Hey, bewirkt dich nicht. Kamehain! Das spielt ja fürchterlich. Weil du war, du blau, du blau, eine Asia-TC-Massage. Ich komm ganz nah, ich macke, macke, macke Kucken in deine Luken. Wadda! Warum, du stinker aus Hinterkopf? Du musst erwarten, du nacken, du stinkkopf. Mach sauber, mach sauber. Ich hoffe, du nimmst auf. Ich zeig dir, wie ein Profi das macht. Ah, Baby! Das ist der Helikopter, laddie, laddie. So machen wir Party. Manche würden meinen, dass wir auf Photoshop. Fressen, 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 fressen. Was haben Tornados und Frauen gemeinsam? Erst feucht, dann stürmisch und hinterher ist das Haus weg. Fressen, 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 fressen. Leg ab, leg ab, los! Zack, 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 zack! Papa, darf ich bungee jumpen? Dein Leben hat schon mit nem kaputten Gummi begonnen. Da muss es nicht auch noch mit einem enden. Okay, 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 okay. Das seh ich ein. Ui, m-m-m-m-merde. Mademoiselle Chanel meinte mal, man solle das Parfum mit dahin sprühen, wo man gekist werden will. Jetzt brennt es tief in meiner Pölloch. Ich sag re blöd. Ah, dein Pöllo ist mein und ich knall ihn weg. Wo ist meine Pöllo? Hey, was los? Genießt du die Piepshow, du perverse Sau? Hast du noch nie einen meisterhaften, professionell chillenden Schwanz-Schwinger gesehen? Ach, du langweilst mich wie Fotos vom kommenden Batman-Film. Wer wird denn bitte Twilight mit der Batman-Maske gesehen? Funkelt Bruce Wayne jetzt auch bei Tageslicht? Scheißen, Dreck. Ich bin so ein richtig krasser, ne? Ich geh täglich Blutspenden, zwar nicht mein eigenes, ne? Ich könnt sogar ein Feuer entfachen, indem ich zwei Eiswürfel aneinanderreibe. Ich muss immer tanken, ne? Mein Auto fährt aus Respekt. Ich bin ein richtiger Boss, ne? Nicht wie der Kollege oder der Fähre Ping-Ping. Ich bin ein richtiger Boss, ne? Wie der Bruce Lee das da mal war. Ich klatsch heftig und ich mein kein Beifall, ne? Ich bin ein bis zum T-T Untertitelung des ZDF, 2020